So Jungs, wir haben jetzt zwölf Uhr. Erstmal tanken hier. Dein Auto muss erstmal frisch befüllt werden. Und uns tanken wir das hier erstmal. So, was haben wir denn hier überhaupt für ein Auto? Für eine komische Karre. Ja, ich würde sagen, bei den schönen Wetterbedingungen hier. Haben wir uns gedacht, nehmen wir erstmal ein Allrad. Das ist wichtig. Damit wir auch schön überall durchkommen. Ich würde sagen, wir tanken erstmal voll. So, ist schon voll. Ist jetzt schon voll? War ja schon fast voll. Nee, danke. War doch schon fast voll hier. So, jetzt können wir 1000 Kilometer fahren, oder? Ja, ich kann mal gute 1000 Kilometer fahren. So, ich würde sagen, wir melden uns gleich nochmal, wenn wir mal Pause machen. Ach, on Tour! On Tour auf dem Techno Forever Xmas Rave 2010, liebe Freunde. So, wir haben jetzt noch 326 Kilometer. Wir sind gerade losgefahren. Ich will auf die Kaya Straße. Aus Essen, aus dem Ruhrgebiet, liebe Freunde. Tschüss. Zum Techno Forever Xmas Rave. So sieht das aus hier. So, den Stefan haben wir auch noch hier am Start. Und dann haben wir noch da hinten den Morph. Ja, einer fehlt ja heute leider. Wie geht das denn leiser hier überhaupt? Alles am Lenkrad steuerbar. Alles am Lenkrad steuerbar. Ja, wir sind heute mal mit dem Opel unterwegs. Wegen Eirad und so bei dem Wetter. Man sieht es. Wie geht's denn los? Wie steht es hier wieder eingestellt, oder? Achso, hast du mal wieder gemacht. Genau. Thomas, der darf jetzt besser mal eine Zigarette suchen und der, der irgendwo hingeworfen hat. Ja, sicher. Ja, Rastplatz an der Plugeheide, du. An der Plugeheide. So sieht das aus. Ja, wir haben noch etwas 220 Kilometer, ne? Ja, knapp über 20 Kilometer. Ach, ja. Hast du ein Ladegerät und alles dabei? Ja, sicher. Ja, sicher, ey. Wie steh ich. Er hat schon Spaß hier, oder? Ich kann es kaum erwarten, Mann. Aber wo bleibt da der Scheißer? Da ist er ja. Ey, mit Jogginghose. Das geht doch gar nicht klar. Ich muss mal ein anderer Autos einfach fehlen. Ich bin ein Döner. Ach, denn da ist ein Döner. Ein Döner käme ab. Partibus. Tja. Da ist der Sunliner, heißt das doch. Erstmal Stau hier, Freunde. Wegen nix. Da ist doch nix. Was machen wir noch da? Hä? 169 Kilometer. Boah. Gute Hälfte ist rum und dann kommt so ein Stau her. So, gleich sind wir da hier im Ostseehotel, liebe Freunde. Bisschen geschwächt, aber geht da ja wieder. Ja, aber ein bisschen dunkel hier, würde ich sagen. Was haben wir da jetzt? 7.5? Jop. Und der Devil Dukay ist auch schon im Hotel. Den werden wir gleich mal besuchen gehen, zusammen mit euch hier. Mal schauen, wie er so aussieht. So, das sind wir zwölf, hat der Devil. So, dann machen wir mal andere. Aufmachen, hier! Polizei! Adi, hallo! Ja, hey! Ich hab's wie die Klappe zogen. Hey, alles wie? Hey. Alter, scheiße, ja peinlich. Dein erster Hallow? Ja, sicher. Hi Wo der Froggy ist, weiß ich nicht immer Den hast du doch gesehen bei Mega Ones Der war doch vor uns Der ist vor uns weggefahren Er hätte sich vielleicht irgendwo in Abflug gemacht Wir hätten auch noch gesehen Welche Zimmer haben wir denn alle hier? Wen stört es nicht, dass eine Badewanne irgendwo drin ist? Hä? Warum ist das schön? Es sind Zimmer hier mit Duschung und mit Badewanne Ist doch scheißegal Ja, das schenke ich dir So, Froggy ist auch am Start hier Schau mal Jetzt haben wir hier alles schon mal voll Also, Roche und Froggy ist schon da, ne? Roche Ist das für ein geiler Ghetto Blaster Trill mit ihm Und wenn ich hingehe, ist es besser im Fang Weil ich denke, es wäre schlecht Dann bleibt bloß da Ja, los Mach mal wieder Katy Perry hier, war besser In Empfang Ja Bei Katy Perry gibt es nicht mehr da Aber ich kann mal umstellen, warte Was ist das denn für ein Lied, ey? Was ist das denn für ein Lied, ey? Wo ist das denn für ein Lied, mal weiß ich dich? Nein, nein, das ist ja Du bist ja Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.